Hallihallo meine lieben Leute, wir sind zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. Wir sind auf der Hochebene, oberhalb von Geldern und Silden, den Berg hier hochgekraxelt und dann sind wir auf das hier getroffen. Eine ziemlich, ja, große freie Ebene mit Kreaturen und dieser Bergruine. Hier haben wir noch einen Schattenläufer. Und ich glaube da links ist auch noch einer. Ja, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Und da oben sind auf jeden Fall noch Snapper. Und wie wir alle mittlerweile ja schon mehrmals festgestellt haben, Snapper sind die Hölle, weil sie einfach keine erkennbare Hitbox haben. Und abhauen. Wie gesagt, ähm, bei Snapper muss ich echt aufpassen. Das, das, das sind, die Schüsse sind dann immer Blindgänger eigentlich. Wie läuft der denn da jetzt? Na also, das lief ja wirklich überraschend gut. Und ich dachte, jetzt kommt hier so ein Kite und, äh, 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 Speichern und Laden, ähm, Gedöns auf uns zu. Dass wir hier irgendwie erst in fünf Jahren fertig sind. Aber die Snapper ging relativ, relativ einfach. Ja, also. Warte mal, wenn ich jetzt schon hier bin. Oh! Das sind acht, du Scheiße. Das sind drei, oh ne, vergisst es. Erstmal, erst mal den Rest der Ebene säubern, damit ich dann auch, äh, wenn ich dann flüchte vor denen, was ich, was ich, was ich tun werden muss, ähm, dass ich dann auch, äh, ja, entsprechende Laufwege zur Verfügung habe. Nicht, dass ich dann plötzlich irgendwie in eine Snapper-Bande reinlaufe. Ich glaube, man muss, ich hab's schon mal erzählt, irgendwie auf die Füße zielen. Ja, ist ja lächerlich, oder? Ich meine, ihr seht es ja. Jetzt hab ich den Hintern mal getroffen. Aber, ich find das schon absurd. Gut, also, keine Ahnung, ob ihr da mit mir übereinstimmt, aber, ähm, ganz, ganz rund ist das nicht. Ja, also, über die Hitbox hab ich mich ja in diesem Spiel schon mehrmals beschwert, bei den verschiedensten Kreaturen. Aber bei keiner Kreatur ist es so schlimm wie bei einem Snapper. Ja, also, lächerlich. Was ist das da hinten, was da seinen Hals räkelt? Das ist schon wieder ein Urviech, ne? Och Gott, ich hab die Lacks hier. Immer diese Lacks am Anfang einer Aufnahme-Session. Wenn ich das irgendwie umgehen könnte, indem ich den PC irgendwie eine Stunde vorher laufen lasse, ich würd's machen. Aber leider kommt man da nicht drum rum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Was ist denn jetzt mit dem hier? Na also, ich wollt grad sagen. Geht das jetzt hier mit der Hitbox direkt weiter, oder was? Ich weiß halt nicht, wie viel Damage so ein Urvieh macht, wenn es mich trifft. Und ich weiß halt auch nicht, was für Attack Speed das Viech hat. Ich weiß nur, dass ich fast in den Baum da gelaufen wäre, in die Verästelung da. Was ziemlich stupid gewesen wäre. Weil dann, wenn ich dann die Position wieder hätte korrigieren müssen. In der Zeit wäre das Urviech wahrscheinlich schon an mich rangekommen. Das ist wieder so ein komischer Kristall. Bei diesen Kristallen hab ich bis jetzt auch noch nicht herausgefunden. Wozu die da sind. Zwei Ringe der Ausdauer, Blitzschlag, Wasser. Ei, Decke doll. Zu schwer. Zu schwer. Leider, leider. Immer wieder. Aber wie gesagt, ich müsste... Es ist ja nicht so wie in Gothic 1 oder Gothic 2, dass du mal eben 20 Lernpunkte in Diebstahl investierst. Oder in Taschendiebstahl. Oder in Schlösserknacken. Und dann hast du das. Da musst du ja wirklich Punkte... Da musst du ja wirklich Punkte... Ich guck's mal eben noch mal kurz an. Wo steht denn das überhaupt, wo ich die Punkte scha... Hier. Da musst du ja wirklich Punkte in Diebeskunst reinprügeln. Und wenn ich dann Diebeskunst entsprechend hoch habe, dann kann ich Schlösserknacken. Also das ist ja letztlich nochmal ein richtig neuer Talantry, den man da irgendwie... Ja... den man da irgendwie bearbeiten muss. Und seine Energie draufsetzen muss. Und seine Lernpunkte. Und was einem dann natürlich im Nachhinein... Bei den anderen Abilities fehlt, ja? Zum Beispiel... Beim Bogenschießen, ja? Beim Jagdgeschick. Wenn ich dann 50 Punkte in Diebstahl reinkloppe, dann fehlen mir diese 50 Punkte ganz eindeutig beim Jagdgeschick. Und das ist ja beschissen, ne? Also da kannst du dir dann aussuchen. Entweder machst du einen auf Langfinger und büßt dafür in deiner... Oh. Schwarzer Troll. Und büßt dafür deine Geschicklichkeit ein. Oh, noch mehr Snapper. Ich krieg die Krise. Oder du investierst halt alles in Geschicklichkeit und denkst dir, ja komm. For fuck's sake. Egal. Ob ich jetzt die paar Kisten mehr ausnehme oder nicht. Hauptsache ich kann die Monster einigermaßen schnell umprügeln. Und ich glaube diese... Einstellung ist auch mir die liebste. Schade. Hätte ich den noch mitgenommen, wäre es echt geil gewesen. Aber leider... war das nix. Der hat nämlich nochmal einen Haken geschlagen. Es ist... Und dann wieder in dieser... Es ist schon wieder dieser scheiß Ass, der mir vorhin auch schon bei dem Urvieh im Weg war. Ja, ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Es ist doch lächerlich. Es ist so lächerlich. Das macht keinen Spaß gegen die scheiß Viecher. Hier. Jetzt habe ich ihn mal getroffen. Diese miese, dreckige... Kreatur. Ehrlich. Und das ist auch eine Feilverschwendung. Ich meine, es dürfte das letzte Problem sein, über das ich mich hier aufrege. Aber... Wenn ich das schon habe hier, die Möglichkeit, dann nehme ich das jetzt auch als Kritikpunkt. Ja, weil es ist nicht nur so, dass die mich fertig machen und es immer fünf Stück sind und ich für ein Snapper gefühlt zehn Schuss brauche, weil neun von den zehn Schüssen oder acht von den zehn Schüssen einfach ins Nirwana gehen, wo keiner eine Ahnung hat, wie konnte der jetzt bitte durch diesen Punkt-Punkt-Punkt-Snapper durchfliegen und dass er ihn trifft. Du kannst dich nicht mal besonders weit wegstellen, weil du sowieso auf die Distanz gar keine Chance hast zu treffen. Ja, seht ihr ja. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Und die sind so schnell, diese Viecher. Die sind so schnell, die laufen wie der Blitz. Das ist einfach nur lächerlich. Die Snapper hätten sie direkt umbenennen können in lächerlich. Das ist jetzt ein karges Wortspiel, aber so sehe ich das. So, jetzt kommen wir nämlich zu den Viechern, die wirklich eine Bedrohung darstellen. Und das sind nämlich diese dämlichen Trolle da oben. Und ich habe die Hoffnung, dass ich sie von diesem Felsen aus besiegen kann. Sieht gut aus. Frage ist, ob mir das bei allen so belegen wird. Der schwarze Troll finde ich jetzt übrigens nicht so eindrucksvoll. Ah, okay. Ich dachte, der kommt hier hoch. Kommt mir nicht bedrohlich nah. Mit so einem hässlichen Gesicht da. Ich sehe nicht den Live-Balken, aber ich weiß, dass ich ihn treffe, weil er immer sich komisch bewegt. Bei einem Hit. Ich bin gespannt, wie viele Erfahrungspunkte der bringt. Zur Erinnerung, ein normaler Troll brachte 500 Erfahrungspunkte. Wie viel wird ein schwarzer Troll bringen? 700. Oh, die sind aber auch schnell, ne? Ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Meine Güte, ist der hässlich. Er wird bestimmt von seiner Mutter ausgesetzt. Und der kommt mir echt ein bisschen zu nahe, finde ich. Immerhin. Also da sieht man mal einfach, das mit den Trollen hier ist im Vergleich zu den Snappern eine solche Wohltat. Ja, du hast überhaupt gar kein Problem, sie zu erledigen. Alles easy. Und dann kommst du halt wieder in das Vergnügen, dass du wieder gegen eine Horde von Snappern kämpfen musst. Von denen es ja hier auf dieser Hochebene eine Milliarde gab, gefühlt. Hey, warum komm ich denn in die schwere Troll? Komm ich ran? Flammenwelle? Okay. Könnte ich wahrscheinlich nicht mal nutzen, weil ich nicht genug Mana habe dafür. Doch, hätte ich. Ich könnte eine Flammenwelle benutzen. Na, vielleicht wird uns nochmal diese Ability was bringen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Wenn das so ein One-Shot-Cast ist. Wäre das natürlich schon ziemlich, ziemlich heftig. Na gut. Ich habe eben gesehen, da geht es gleich runter. Aber ich gehe jetzt erst nochmal zurück und schaue mir nochmal die Ruine an. Weil wir da noch nicht waren, wie gesagt. Und das hier scheint nämlich das Ende der Hochebene zu sein. Wobei es hier halt auch irgendwie nochmal in den Wald hineingeht. Also von daher, eigentlich kann ich auch wieder zurückgehen. Eigentlich macht das keinen Sinn. Egal wo ich weitermache, da ist für mich kein Ende ersichtlich. Da ist für mich kein Ende ersichtlich. Und ich weiß halt noch nicht, ob sich diese beiden Strecken dann gleich irgendwie verbinden werden. Ich habe nur gesehen, dass man da hinten runterkommt und dass da Kreaturen waren. Ich weiß nicht, ob es Wildschweine waren oder Ripper oder Schattenläufer. Ich finde, die sehen alle irgendwie immer jedenfalls von der Struktur irgendwie ähnlich oder gleich aus. Okay, hier muss ich auf jeden Fall runterspringen, dann komme ich hier nicht wieder hoch. Naja, drauf befiffen. Machen wir einfach. Es sind Ripper. Habe ich doch gesagt. Das sind meine liebsten Gegner. Weil sie einfach bei One-Shots, bei Head-Shots nur zwei Schüsse aushalten. Abgebrochen. Hey, seit Ewigkeiten mal wieder, dass ein Dietrich abgebrochen ist. Eis, Lanz, Zahltrank, Ausdauertrank, Wasser und Rohstahl. Hier ist sogar noch eine Truhe. Die habe ich erst gar nicht gesehen. Aber hier ist nur Crab drin. Außer natürlich immer die Pfeile, aber die muss ich ja nicht immer erwähnen. Okay. Nein, 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 nein. Ah, scheiße. Aber ich habe gespeichert. Von daher ist es auch egal. Da wäre ich ja müß, da müsste ja wieder einen riesen Umweg laufen, um da wieder hochzukommen. Meine Güte. Ist da schon wieder Stress hier. Liebe Leute, dann mache ich an dieser Stelle eben nochmal kurz einen Cut. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und dann geht es weiter mit Gothic 3. Macht's gut, bis dahin. Ciao.